Hallo Herr Markus, wir freuen uns sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen. Sie sind Leiter der Technik im Pharmazieverpackungsbereich am Stammwerk in Leverkusen und verantworten dort sowohl die Beschaffung als auch den effizienten Betrieb von Produktions- und Gebäudetechnik. Seit über 30 Jahren sind Sie schon bei Bayer in ganz unterschiedlichen Positionen tätig, also regelrechtes Urgestein in diesem Weltkonzern und leiten heute ein Team von 30 Mitarbeitenden. Passt das so ganz gut Ihr abwechslungsreiches Berufsleben zusammen? Ja. Die erste Frage, mit der ich einsteigen möchte, Sie treiben die Digitalisierung in der Produktion mit sehr viel Engagement voran. So haben Sie zum Beispiel 2019 ein digitales Schulungszentrum ins Leben gerufen. Seit wann beschäftigen Sie sich mit solchen Technologien und wie werden Sie in Zukunft aus den Daten und den digitalen Inhalten auch tatsächlich Unternehmenswerte generieren? Genau, also wir beschäftigen uns seit vier bis fünf Jahren mit dem Thema der Digitalisierung und beginnend eigentlich mit Einführung eines Systems, das Track-and-Trace-System, was in der Pharma-Franche eingesetzt wird, regulatorisch gefordert ist. Bedeutet, dass der ganze Zyklus betrachtet wird, von der Fertigung bis zum Apotheker und da die Fälschungssicherheit sichergestellt werden soll, sprich der Apotheker scannt am Ende die Verpackung und kann damit eben auch feststellen, ob das eine gültige Packung über den Ladentisch geht. Mit der Einführung des Systems haben wir aber weitere Add-on-Systeme bekommen und eingeführt und die Einführung war nicht ganz einfach, weil es sich um ein sehr komplexes System handelt und die Key-User, die dabei waren, relativ fit waren in dem Thema, aber an den Bedienern, die das Wissen fehlt, um Fehler zu beseitigen und daraufhin hatten wir eben die Aufgabe, die Effizienz wieder zu steigern und eine Antwort war eben das digitale Schulungszentrum, wo wir eben eine physische Anlage aufgebaut haben, aber eben auch auf Techniken, die das VR-Training zurückgegriffen haben und uns damit beschäftigt haben, wie bekommen wir Wissen. Das generiert wird aus Projektphasen an die Mitarbeiter, dass sie dann eben die Fehler auswerten können und so eben wieder die Effizienz der Maschinen hochzutreiben. Und wir haben eben damit ein Umfeld geschaffen, wo wir eben auch Dinge testen können und Mitarbeiter außerhalb des regulierten Umfelds trainieren können. Das klingt super. Ich durfte es ja selbst schon ausprobieren, eine sehr spannende Einrichtung, was man dort an Technologien auf engstem Raum gebündelt erleben kann. Ja, wahrscheinlich haben Sie schon damals, als das Ganze seinen Anfang genommen hat, geahnt, dass das durchaus eine Herausforderung sein kann, diese neuen Werkzeuge einzuführen. Aufgrund verschiedener Randbedingungen, Bayer ist ein riesiger Konzern. Es gibt den hochsensiblen Pharmaziebereich, der bestimmt manche Dinge auch nicht unbedingt einfacher macht. Was waren Ihrer Meinung nach auf dem bisherigen Weg die größten Herausforderungen, die Ihnen begegnet sind? Ja, die Pharmabranche ist doch relativ konservativ, weil wir natürlich wenig von den Prozessen abweichen können, die wir im Zulassungsprozess festgelegt haben. Das heißt, wir hatten damit schon zu kämpfen, dass die Maschinen gar keine Anbindung hatten, irgendwelche Netzwerke, die Daten nicht verfügbar waren. Da galt es eben, die Systeme aufzubauen. Zum einen oder zum anderen die Mitarbeiter heranzuführen in die neuen Technologien und gerade die digitale Transformation versucht man ein bisschen auf die technische Ebene zu schieben, aber es ist eben auch, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, damit die die Systeme auch einsetzen können. Und da galt es eben, die gleich zu Beginn abzuholen. Und die andere Stakeholder, wir haben gerade im Vortrag auch die Betriebsräte erwähnt, die galt es eben auch abzuholen. Dazu noch ein neues Thema, das jetzt kommt, IT-Sicherheit immer, dass man weiter an Bedeutung gewinnt und eben damit implementiert werden muss. Das heißt also, Daten sollen auf der einen Seite sehr sicher sein in Anlagen, sollen aber gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit haben in anderen Systemen. Und das galt es eben abzubilden. Das waren doch einige Herausforderungen. Ja. Und sind es immer noch. Ja, auf jeden Fall. Gibt es da ein Erfolgsrezept, wie Sie bisher diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen konnten? Genau, eins ist natürlich das besagte Schulungszentrum, das wir geschaffen haben, außerhalb des regulierten Umfelds. Das heißt, wir können eben da Dinge ausprobieren, auch die agile Entwicklung von Softwareprodukten vorantreiben und eben auch die Stakeholder mit einzubinden von der Quality über den Betriebsräten und denen zeigen, was angedacht ist und auch den User vom Tag 1 an mit einbinden, damit er natürlich auch Einfluss auf das Produkt haben kann. Und erst, wenn wir eben die Mitarbeiter ausgebildet haben, werden die Produkte eben auch in die Produktion überführt und können dann da auch die Erfolge heben. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch für die Leute oft herausfordernd ist, weil sich eben gerade im Bereich der Digitalisierung die Randbedingungen so schnell ändern. Grenzen, Produkte, Unternehmen und so weiter verschieben sich, wer dort die neuesten Technologien hat, wer die entsprechenden Player sind. Jetzt wissen wir ja, dass Sie durchaus auch gerade in diesem Kontext Schulungszentrum als großer Konzern mit kleinen Startups auch zusammenarbeiten. Wie funktioniert da Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit bei diesen sehr unterschiedlich großen und unterschiedlich funktionierenden Playern? Gibt es da Herausforderungen, Erfolgsrezepte, Best-Practice-Geschichten, die Sie uns erzählen können? Genau, wir versuchen eigentlich das Beste von beiden Welten zu nutzen. Also werden wir im Großkonzern natürlich, glaube ich, ganz gut Standards definieren können in der IT-Welt. Wir können eben auch auf der IT-Sicherheit eben auf Standards setzen. Wir können eben auch auf Cloud-Systeme zurückgreifen. Ein Data Lake beispielsweise, der standardisiert ist. Und gleichzeitig versuchen wir eben den Teil der Vorteile, die ein Startup bildet, sprich die Geschwindigkeit agiler Entwicklung, eben damit einzubringen. Und eben auch Produkte, die jetzt noch relativ neu sind, zusammen mit den Mitarbeitern zu entwickeln und dann eben auch Veränderungen schnellstmöglich umzusetzen. Klar gibt es immer ein Spannungsfeld, was dazwischenläuft, wo eben das natürlich auch von den Startups gewisse, ja, wo wir eben abverlangen, dass sie natürlich verstehen, dass es eben manchmal langsamer geht im größeren Konzern, aber in der Vergangenheit war das relativ positiv, dass wir da eigentlich, glaube ich, das Beste von beiden Welten geben können. Ja, okay. Das können wir aus der anderen Perspektive genauso bestätigen, dass wir da einen guten Weg gemeinsam gefunden haben und viel auch dabei lernen durften. Vielen Dank an der Stelle schon mal dazwischen dafür. Sie waren ja damals einer der Ersten, der von der Idee des selbstlernenden Assistenzsystems angetan war. Ich sage jetzt das absichtlich so, denn damals, als wir das erste Mal zusammengetroffen waren, da hieß es noch nicht mal Maddox, da gab es auch die Pirox noch nicht, sondern da firmierte es noch unter dem Kürzel SEM, also selbstlernendes Assistenzsystem für Maschinenbedienende aus dem Fraunhofer IVV. Und sie hatten im Prinzip den kompletten Werteprozess der Pirox ja miterleben dürfen. Was waren damals die Gründe, dass sie schon in so einem frühen Entwicklungsstadium an der Stelle investieren wollten? Es liegt daran, dass Wissensmenschen vielleicht mich schon seit etlichen Jahren. Das ist eben sehr schwer. Ich glaube, jeder kann bestätigen, dass auf der einen Seite das Wissen exponentiell steigt täglich, auf der anderen Seite es unglaublich schwer ist, das Wissen zur Verfügung zu stellen, das man gerade in dem Moment braucht. Und man eben verschiedenste Ansätze gewählt hat, Datenbanken, Softwarelösungen, um das Wissen zu konservieren, zu behalten und auch aktuell zu behalten. Das ist nicht das nächste Problem, dass man das dann verfügbar hat. Es ist ein entscheidender Punkt, ist natürlich aber, wie werden denn die Zuordnungen von Wissen getroffen? Und da hat mich von Anfang an das Prinzip, dass sie Pirox anbinden mit Maddox, fasziniert, weil es eben die Anbindung und eben durch den Algorithmus eben das Zielgericht darführt und bereitstellt und zur Verfügung stellt. Und mit dem Ausrollen des Produktes hat sich das ja voll bestätigt, dass wir damit eben auch das Wissen zielgerecht zur Verfügung stellen können. Ja. Das fasst auch unsere Mission gut zusammen. Wenn wir jetzt auf die Zeit zurückblicken, muss man ja sagen, es gab natürlich Erfolge, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Es gab zwischendurch aber auch immer mal wieder Niederlagen. Wie blicken Sie insgesamt auf diese Zeit zurück? Grundsätzlich positiv, weil natürlich mit Einführung eines neuen Produktes immer wieder eben, ja, Evolutionsstufen abgerufen werden, die natürlich auch, wo nicht immer alles funktioniert, das ist normal. Ich glaube, es ist wichtig, dann in diesen Phasen gemeinsam an der Lösung zu arbeiten und, ja, Stück für Stück weiterzumachen, bis man denn zu einem, ja, ausgereiften Produkt kommt, wie wir es jetzt zur Zeit dort vorliegen haben. Und da, wie gesagt, ich finde es entscheidend, wie man damit umgeht, wie man gemeinsam eben die Herausforderung annimmt und löst. Deswegen, wie gesagt, grundsätzlich positiv. Dankeschön. Ursprünglich war es ja mal so, damals, ich hatte es schon gesagt, nur an dem Stichwort SAM, dass wir ja mit dem, was dann als Produkt Maddox entstanden ist, mit dem Wissensmanagement und Assistenzsystem zum Reduzieren von den Maschinenstillständen angetreten sind, das auch natürlich bis heute als solches erfolgreich etabliert haben. Aber welche weiteren Nutzungsszenarien haben Sie denn im Laufe der Zeit erkannt beziehungsweise welche konnten schon erschlossen werden? Wir haben erkannt, dass wir natürlich noch weitere Möglichkeiten haben, dadurch, dass wir jetzt viel enger an den Mitarbeiter dran sind mit dem Maddox-System. Wir haben in der Vergangenheit eben große Verluste eben generiert durch sogenannte Microstops. Und die Dokumentation dieser Microstops haben eben dringend eigene Herausforderungen mit. Also wenn man den Mitarbeiter da motiviert, diese Stops einzutragen, werden sie relativ schnell frustriert, weil die Anzahl einfach sehr groß ist in kürzester Zeit. Und mit dem Maddox haben wir eben die Möglichkeiten, die Maschine weiß, was für Fehler da sind. Und wir können eben die Zuordnung für unsere Operational Excellence-Kollegen umstellen und auch diese Stops erfassen und auch die Gründe dafür und damit eben auch nachhaltige an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Also das sogenannte Klassifizieren der Störung ist jetzt einfacher möglich. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit eben, deswegen haben wir die Schnittstelle zu SAP auch generiert, hochwertige Meldungen zu generieren mit Content. Also der Mitarbeiter kann mit wenigen Klicks eine Meldung erzeugen und hoch qualifizierten Content zu tun stellen, die eben für meine Ingenieure sehr wertvoll sind und nachhaltige Problemlösen zu generieren. Ja, das freut uns. Insgesamt laufe ja, ich hatte es im Vortrag gezeigt, auf bisher drei Verpackungslinien plus eben im Schulungszentrum. Dank Ihrem Vertrauen rüsten wir jetzt Maddox noch an fünf weiteren Linien nach. Was versprechen Sie sich davon, wenn wir jetzt mal ein Stück weit in die Zukunft schauen, wo geht die Reise hin? Genau, wir nutzen jetzt ja schon an einem Line-Cluster die Maddox und können also das Wissen, das an einer Maschine generiert wird, in zwei weiteren Anlagen auch nutzen. Mit dem Ausweiten auf weitere Maschinen haben wir natürlich da auch die Effekte, dass wir auch da die Wissen, das wir generieren an Maschinen eben auch verteilen können und damit eben auch die Erfolge, die wir an den drei Maschinen jetzt erreicht haben. Auch da skalieren auch weitere Anlagen und da auch den Nutzen daraus ziehen und eben auch datengetriebene Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Wir freuen uns drauf.